Hallo und herzlich willkommen zur eFever Erklärvideoreihe. Heute mit dem Thema, wie erstelle ich Serienbriefe bzw. Serien-E-Mails. Zunächst einmal loggen wir uns unter verwaltung.kolping.de ein. Nun befinden wir uns auf dem Dashboard. An dieser Stelle können wir mit einem Klick auf die Kachel Mitglieder direkt zu unseren aktiven Mitgliedern gelangen. Ebenfalls finden wir unsere Mitglieder unter der Mitgliederverwaltung, Klick auf die Mitgliederverwaltung und unter Mitglieder. Wichtig an dieser Stelle, dass auch wirklich nur die aktiven Mitglieder angezeigt werden, falls wir denn einen Serienbrief an alle aktiven Mitglieder senden möchten. Hier können wir natürlich auch isolieren und sagen, dass wir alle aktiven Mitglieder, die auch Teil der Kolping-Jugend sind, anzeigen lassen möchten. In diesem Fall werden uns die entsprechenden Mitglieder angezeigt. Wir wollen aber einen Serienbrief an alle aktiven Mitglieder senden. Das heißt, wir deaktivieren hier den Filter Kolping-Jugend. Hier unten können wir sehen, an wie viele Mitglieder die Mail gesendet wird. 23 an dieser Stelle. Nun klicken wir hier oben auf die Kachel E-Mail. Es öffnet sich ein kleines Fenster. Hier können wir entscheiden, ob wir den internen E-Mail-Client aus der eFever heraus benutzen möchten oder ob wir einen externen E-Mail-Client verwenden. Der Einfachheit halber nutzen wir den internen E-Mail-Client und klicken auf Weiter. Das Schöne hieran ist, dass alle E-Mail-Adressen direkt in den BCC landen. Also die Blind Copy. Das heißt, keiner der EmpfängerInnen kann alle anderen E-Mail-Adressen sehen. Das ist aus datenschutzrechtlichen Gründen auf jeden Fall zu beachten. Durch die eFever-Plattform wird Ihnen das abgenommen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, noch weitere E-Mail-Adressen hinzuzufügen. Wir können einen Betreff eingeben und eine Nachricht. Anschließend können wir noch Dateien hinzufügen. Bitte beachten Sie an dieser Stelle, dass es eine maximal erlaubte Dateigröße gibt. Also versenden Sie zum Beispiel keine Videos. Der Punkt Dateien eignet sich zum Beispiel, um PDFs anzuhängen oder kleine Grafiken. Zum Schluss können wir auf Senden klicken. Allerdings haben wir auch die Möglichkeit, die hier eingegebene E-Mail zu verwerfen oder sie als Entwurf zu speichern. Speichern wir sie mal als Entwurf. Alle unsere Entwürfe finden wir direkt hier auf der linken Seite unter Entwürfe. Mit einem Klick auf Entwürfe werden diese hier aufgelistet. Klicken wir nochmal auf die gerade erstellte E-Mail, die sich hier drunter befindet. An dieser Stelle vielleicht noch ganz kurz erwähnt, dass wir natürlich auch eine Empfängerin anwählen müssen. Das können zum Beispiel wir selbst sein. Anschließend klicken wir auf Senden und die 13 E-Mails wurden erfolgreich versendet. Das sehen wir hier über diese Nachricht. Anschließend können wir uns die gesendeten Nachrichten unter dem Menüpunkt Gesendet anschauen. Wenn wir das Ganze nicht auf dem digitalen Weg machen möchten, sondern eben auf dem analogen, dann können wir uns hier aus EFEWA heraus auch Adresslisten ausdrucken, die wir direkt für unsere Briefe verwenden können. Dafür gehen wir in die Mitgliederverwaltung. Klicken auf Mitglieder, wählen die aktiven Mitglieder aus und klicken auf Drucken. An dieser Stelle haben wir die Möglichkeit, uns zwei verschiedene Arten von Adressetiketten auszudrucken. Das erste Adressetikett umfasst alle einzelnen Mitglieder. Das zweite Adressetikett, die häuslichen Gemeinschaften. Wir wählen an dieser Stelle die einzelnen Mitglieder aus und klicken auf Ausdrucken. Nun wird unsere Datei erstellt und anschließend heruntergeladen. Sollte keine Datei automatisch heruntergeladen werden, dann können wir auf Hier klicken. Bei uns hat aber alles funktioniert, also klicken wir auf Schließen. Kurz in unseren Downloads-Ordner geschaut und hier haben wir auch schon das Adressetikett. So würde das Ganze dann anschließend aussehen. Also viel Spaß beim Verfassen von Serienbriefen und Serien-E-Mails. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einem weiteren Video zur EFEWA-Erklärvideoreihe. Bis dann!